Hallo, es ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 31.01.2023 mit den letzten Handelstag im Januar und unser DAX ist genau in unserem Käfig nicht rausgekommen. Ich habe jetzt zum Montag die Analyse mal weggelassen, damit er sich mal gelöst bekommt, in der Hoffnung es bringt was. Natürlich hat es nicht geklappt, das ist natürlich auch ein kleiner Spaß. Ich habe einfach einen Laptop vergessen gehabt und deswegen konnten wir gestern keine Analyse machen. Wir hatten, wenn wir uns zum Freitag zurück erinnern, aber mal angeschaut, dass er durchaus auch eine Tendenz hätte. Also klare Aussage war, über 1.80 hat er weiteres Aufwärtspotenzial, kann sich weiter nach oben hangeln. Ich würde mich nicht short probieren an der Seite, würde aber in dem Moment, wo er runterklappt, ich glaube wir haben gesagt, wenn die 1.5080 nochmal fällt, dann Richtung dieser Trendlinie orientieren, die wir gezogen hatten. Die lag zu dem Zeitpunkt noch bei 1.5010. Wurde jetzt zum Montag dann erst, haben wir jetzt zwei Handelstage im Nacken, zum Montag jetzt erst angelaufen. Da lag sie dann natürlich schon ein bisschen höher, wurde hier auch mehrstündig durcharbeitet, also eigentlich den ganzen Vormittag über dran rumgeknetet. Dann hat er sich nochmal hochgeschoben. Man muss aber sagen, hat er relativ viele Abverkäufe auch wieder gehalten. Und vom Bewegungsmuster muss man auch weiterhin festhalten, dass es noch immer ein sehr korrektiver Anstieg ist. Also wir haben Steigungswinkel auf den Hochs, wir haben Steigungswinkel auf den Tiefs, sehr 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 starke Überschneidung in den Bewegungswellen dazwischen, was per Definition eigentlich eine bärische Flagge ist. Am Top ist sowas immer ein bisschen gefährlich, weil bärische Flaggen am Top eigentlich nicht entstehen. Die entstehen eher in einem Abwärtstrend, also in einem richtigen Abwärtstrend. In einer Bewegung, die so ankommt, dann entsteht eine bärische Flagge, dann geht dann die Trendfortsichtung nach unten. An Tops ist sowas manchmal auch einfach nur eine Range, die dann nach oben aufbricht und weiter rausgeht. Man kann sich das aber auch relativ einfach machen und sagen, okay, dann ist mir egal, ob es jetzt eine Range ist oder eine bärische Flagge. Dann ist halt die Definition egal. Fakt ist aber, wenn er oben rausgeht, dann entsteht ein neues Bewegungspotenzial auf der Oberseite. Das heißt, in dem Moment, wo wir auch mal eine 200 wieder passieren, 210, 1,80 deutlich überbieten, macht er sich einfach wegfrei in die 350 bis gut 400 rein. Das kann dann auch relativ schnell gehen, wenn er einmal öffnet. Muss man dann aufpassen. Also das ist durchaus denkbar, dass wir innerhalb von 1-2 Stunden dann auch direkt von Ausbruch bis Target gleich durchrennen. Dann dort erstmal wieder seitwärts. Das wäre für so eine Marktphase sehr, sehr, sehr typisch. Aber man sollte eben unten auch aufpassen. Und unten kann man jetzt eigentlich mit jedem tieferen Tief hier nachziehen. Wir hatten am Freitag gesagt, unter 15,80, 15,70. Ich würde dann die nächste Etappe freilegen. Die Etappe ist jetzt erstmal erreicht. Wir haben Rücklauf auf Gap Close bekommen. Von dort hat er sich jetzt erstmal wieder nach unten abgestoßen. Das heißt, er befindet sich per se erstmal in einer kleinen Abwärtsbewegung. Sollte er jetzt zum vierten Mal aus dieser Trendlinie herausfallen, die jetzt zum Dienstag bei 15,40 liegt, würde ich dann doch einen größeren Schwapp nochmal nach unten erwarten. Auch aus dem Grund, dass die Bollinger Bänder jetzt hier deutlich enger wären. Und das könnte dann vielleicht erstmal auch nur so aussehen, dass man versucht oder der Markt versucht, diese Bewegung, die wir hier vom 17. Januar hatten. Wartet. Hat er das jetzt genommen? Ja, dass wir einfach diese Bewegung jetzt dann nochmal nach unten wegtreten. So. Wird er natürlich das jetzt so hochnehmen. Das war hier. Und hätte dementsprechend erstmal so ein Korrekturpotenzial in die 830, 800 rein. Ja, das ist auch so ein bisschen dieser zweite Pfeil, den wir hier gesetzt hatten. Da hat man damals gesagt, dass er dürfte auch hier nochmal rum. Das geht nicht weg. Das ist auch noch immer so. Wir stecken letztendlich sogar in dieser Bewegung hier drin. Die hat plus vom Hoch jetzt unheimlich weit nach rechts getragen. Das ist aber legitim, weil ja noch kein höheres hochgekommen ist. Ja. Deswegen wäre es trotzdem noch legitim, wenn er unten ausbricht und das macht. Und demzufolge würde ich einfach für den Dienstag auch sagen, okay, alles, was insbesondere unter 15,50 stattfindet, unter 15,25 für mich auf der Unterseite attraktiv. Auch vielleicht für gegebenenfalls Shortposition. Man sollte allerdings das Risiko klar gewählt und sehr bewusst platzieren. Denn wir haben immer wieder starke Gegenbewegung drin. Die ganzen Tage, die ganzen letzten Wochen, immer wieder, sobald irgendwo was runterkommt und wenn man ein kleines Tief aus Tief macht, wird sofort nach oben getreten. Und darauf sollte man sich einfach einstellen. Und das ist das Risikomanagement und beeinflusst. Das kann halt bedeuten, dass man zum Beispiel einen Stop-Loss einfach über eine Range legt, zum Beispiel. Oder auch wenn man long ist, die Stop-Loss unter die Range legt. Ja, dass man nicht in der Range die ganze Zeit ausgestoppt wird. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. So, okay. Dann haben wir das besprochen. Also unter 15,30, 15,25, 15,50. Ja, also einfach die Zone da durch. Dann wieder Platz bis zum Tief vom Montag. Das wird er aber dann bestimmt unterbieten. Und dann geht er auf die 9,65, 9,40, vielleicht sogar mal hier so in den Bereich um 9,25 schon mal rein. Also auf die Schlusskurs-Kerzen-Niveaus von dem Haufen hier. Und wenn er richtig gut drauf ist und am Nachmittag auch noch tiefs nachliefert, dann sind sogar auch 8,30, 8,20 drin. Ja. Stabilisiert er hier einfach wieder nur nach oben im Bereich um 15,100 bis, naja, oder sagen wir mal ruhig so 15,70, 15,50, 15,30, 15,25. Die Knautschzone hier zwischen dem unteren Band und unserer Keillinie oder Plackenlinie. Dreht er sich von dort einfach wieder nur hoch. Was wird er machen? Er wird wieder hoch an die 15,180 laufen. Ja, also das heißt, sehen wir stärker, lassen wir ihm nach oben Platz, bricht er uns oben aus, darf er auch gerne weiter. Wie gesagt, das kann ganz, das kann recht schnell erfolgen. Würde ich dann aber eher vielleicht am Mittwoch erwarten. Na, wenn wir mal so auf den Terminkalender gucken, wird das am Mittwoch besser reinpassen oder wäre einfach üblicher, wenn der oben raus liegt. Aber muss nichts. Alles kann nichts muss. Von daher, wir gucken, wo geht der raus? Was triggert er uns zuerst an? Triggert er uns zuerst 15,70, 15,50, 15,30, 15,25 nach unten durch? Dann kriegt er sein Fenster schon unten, legt er vorher die 15,180 nach oben um, wissen wir auch Bescheid. Ne, und da ist jetzt nichts Neues dabei, das haben wir alles jetzt schon dreimal gehört, drei Tage gehört. Aber, ja, muss manchmal doch mal nochmal gesagt sein, ne. Der ein oder andere vergisst schon über den Tag wieder, was ja eigentlich Phase ist, wo es denn dann gehen soll. Aber wir stehen seit gut zwei Wochen auf der Stelle. Solange es sich das erstmal nicht ändert, sollte man auch nicht erwarten, dass sich das ändert. So. Gut, Freunde. Okay, dann mache ich hier die Analyse zu. Wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.